Hallo Kameramagier, heute zeige ich dir ganz schnell, wie du Basic Text einfügen und animieren kannst. Also, auf geht's! In der Winchi Resolve kannst du einfach in der Effects Library reingehen und hier mal Text Plus raussuchen. Yo, den ziehst du einfach über dein Footage, den du haben willst, und schon steht der Titel über uns. Dann kannst du hier was anderes reinschreiben, wie zum Beispiel, der brennt ja. Wenn du hier dann die Size verändern möchtest, kannst du es auch tun. Und du kannst hier unter Video auch noch die Position verändern, indem du die Position hoch und runter schiebst. So, wenn du das jetzt noch animieren willst, dann gehst du einfach zu einem Punkt, an dem du es anfangen lassen willst zu animieren. Bäm, gehst auf die Raute setzen, Keyframe, gehst vor, ziehst das ganze Ding runter, Bäm, fertig. Gehe, kommt der Text rein und jetzt kannst du ihn auch wieder ausfaden lassen, indem du wieder auf Video gehst, hier wieder ein Keyframe setzt und dann wieder runter gehst. So, aber es gibt noch andere Wege, Texte cool zu animieren. Wenn du wirklich einsteigen willst in die Titelanimation mit Fusion, dann habe ich dir dort schon ein Video gemacht. Ansonsten kannst du hier drüben was anderes gucken. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao!